Moin ihr Lieben, ich war für eine Woche bei meinem Trainer. Leider musste Patrick in der Zeit nochmal weiterarbeiten und konnte nur den einen Tag das Training mit der Kamera aufnehmen und hat bei Karlsson dann auch seinen Einsatz verpasst. Von Holly kann ich euch aber die ganze Trainingsstunde zeigen und von Karlsson habe ich dann ja so die Abschlussaufnahmen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß, hier und da werde ich dann auch noch einen Kommentar dazu abgeben, ansonsten habe ich auch den Originalton für euch drin gelassen. Holly war an dem Tag gerichtet, ich richte gut drauf und ich glaube ich lasse einfach Karlsson. Gut, ich denke mir dann nicht zu, dass sie nicht zu lang werden. Sehr gut, super. Ich sollte ganz konsequent dranbleiben, dass sie mir nicht so wegläuft und ich sie einfach geschlossen halte. Wieder an die Zügel, nicht zu lang. Gut. Luchse mal. Nicht die Hand vorschmeißen, Oberkörper vor und so, sie alleine lassen. Gut. Einmal Handwechsel. Es fiel mir richtig schwer, mich so schwer an den Saffel zu setzen und sie dann da auch einfach mal gespannt zu halten. Aber ihr seht auch hier zum Beispiel der fliegende Galoppwechsel war dann total lässig, super entspannt. Und ich war schon während der Stunde einfach so glücklich und sofrieden, wie gut es geklappt hat. Zügel wieder ein Tick kürzer. Bein dran, Bein dran. Ich habe euch hier jetzt auch einfach mal richtig bewusst wenig Musik oder sonst was reingetan, sodass ihr euch einfach ein bisschen aufs Reiten konzentrieren könnt und das Ganze so live wie möglich mitverfolgen könnt. Sehr gut. Sehr gut. Warte. Rechter Zügel. Warte. Rechter Zügel. Gut. Rechter Zügel. Rechter Zügel. Einmal Handwechsel sofort. Mach einmal Handwechsel. Nochmal die Kombination. Aufpassen, dass du nicht zu dicht kommst. Bleib ein bisschen tiefer in die Ecke rein, dass du mit einem großen Galoppsprung ankommst, nicht mit so einem kleinen. Das war gut. Gut. Echter Zügel. Echter Zügel. Gut. Echter Zügel. Echter Zügel. Warte. Warte. Warte, komm hier. Warten, hinsetzen, hinsetzen, ruhig bleiben, ruhig bleiben, gut. Gut, prob ihn mal, er hat aber super gewartet, scheiß mal, warte, warte, gut, scheiß mal noch. Da war wieder zu lang, ne? Ja. Gut, 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 geht genug. Gut, 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 gut.